Heute zählt! Sechs Millionen Kinder retten! Heute zählt! Wir sind heute hier, damit die Gavi-Impf-Allianz in den nächsten fünf Jahren ausreichend Gelder zur Verfügung hat, um bis zu sechs Millionen Kinder leben durch Impfungen zu retten. Aber Impfungen können ja nicht nur viele einzelne menschliche Dramen verhindern, sondern sie sind auch ein ganz konkreter Schritt auf dem Weg, extreme Armut zu besiegen. Gavi hat Großartiges geleistet. Meine Damen und Herren, 15 Jahre, 450 Millionen Kinder geimpft. Ich bin sehr, sehr glücklich, die Gavi-Idea der Vakzinskampagne zu unterstützen. Gavi hat uns geholfen und fast alle Kinder zu erreichen. Heute ist das Ziel hier in Berlin, etwas zu erreichen, was für die nächste Periode von 2016 bis 2020 eine gute Nachricht für 300 Millionen Kinder sein soll. Wir sehen wirklich, dass diese Dollar sind, die Sinn machen. Wir haben noch nie ein Replenishment dieser Größe in Gavi-Idea der Geschichte. Es ist record-breaking. Ich bin sehr glücklich mit den Ergebnissen der Gavi-Replenishment-Konferenz. Ich kann nicht mehr glücklich sein. Wir haben die 7.5 Millionen, die wir suchen. Es wäre gut zu hören, was Sie sagen würden zu den Menschen, die eine Petition zu haben, oder die hier draußen in den Regeln stehen. Wir schreiben Petitions, letters zu ihren Politiken, Tweet- und Bloggen- und kreieren vieles Aufmerksamkeit. Meine Message zu Ihnen ist, dass Sie ein Teil von diesem Erfolg sind. Aufmerksamkeit.